So, moin moin liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge Euro as Zero und ich weiß nicht, ich anfrage, ich mache mal kurz ein paar Anfragen, weil ich habe gesehen, dass es da wieder sehr viele Batterieanfragen gab und ich mache mal ganz kurz ein bisschen und werde jetzt erzählen, was ich heute so vorhabe. Und zwar werde ich heute Energie spielen, ganz normal, wie immer. Dann werde ich wieder Sondereinsätze machen, auch wie immer. Und dann am Ende des Videos werde ich mir, also was heißt am Ende des Videos, ich werde mir, wenn ich halt nichts mehr rausholen kann an Level, also wenn ich mir das Maximale rausgeholt habe, was so geht, alle Sondereinsätze, alle Energie gespielt, dann werde ich mir eventuell Man in Black Set kaufen oder das Zorro, das muss ich mir auch überlegen, weil mir wurde gesagt, so ungefähr ab Stufe 150 lohnt sich das zu kaufen, weil dann hält es ungefähr eine Woche, also dann lohnt sich es einigermaßen, dann hält es halt wenigstens eine Woche und nicht nur einen Tag. Und ich will so alles jetzt mal irgendwann haben, deswegen werde ich mir da eins von beiden kaufen, mal gucken. Aber jetzt erstmal machen wir ganz normale Angriffe, ganz normale Energie und so weiter. Ich kann bock all das, es dauert ewig. Und die Energie mache ich jetzt nicht mehr mit Condiger, sondern mit meinem normalen Gear, weil inzwischen bringt das Condiger nicht mehr so viel, weil ich schon Stärke und so weiter gespielt habe. Und dadurch verliere ich mit Condiger genauso viel wie ohne Condiger, das heißt, ich muss halt jetzt in Kauf nehmen, dass ich wahrscheinlich einige Quests verlieren. Eine andere Möglichkeit habe ich leider nicht, also ich habe es mit Condiger die letzten Tage mal ausprobiert und muss ehrlich sagen, das hat eigentlich fast gar nicht funktioniert, weil ich einfach jetzt inzwischen schon zu viel Stärke und so weiter geskillt habe, sodass sich das nicht mehr lohnt einfach. Und ja, ist halt so. So, mal gucken, wenn ich jetzt noch eine Quest mache, dann wird es refreshed wieder. Wenn man ein Level Up hat, werden ja alle Gebiete neu refreshed und dann hat man wieder neue Quests und das finde ich gut. Aber jetzt geht es trotzdem weiter auf Kondition, weil ich kann ja auch noch, ich mag Konditionen. Und dann machen wir auch hier gleich mal Konditionstraining, das kann auch nicht schaden, das schon mal zu machen. Der Bult ist, ja, der Bult ist. Nur mal fünf Konditionen verbessert. Ich glaube, mehr als zehn wird es nicht. Also es ist schon jetzt ziemlich lange schon auf zehn. Ich glaube, oder ich hoffe, dass es nicht mehr als zehn wird, weil wenn es noch mehr als zehn wird irgendwann, dann wäre es schon bitter. Aber ich glaube, das bleibt bei zehn. Also mehr als zehn kann man nicht benötigen. So, man sieht, die Quests sind refreshed. Es gibt wieder schöne Quest. Quest. Ich habe ja am Anfang gedacht, dass ich die Quests, immer wenn ich eine annehme, dass ich dann alle Gebiete neue Quests bekomme. Aber das ist gar nicht so. Es bekommt nur das Gebiet, in dem man eine Quest annimmt bekommt, neue Quests. Natürlich ein bisschen schade. Ich dachte immer erst am Anfang, dass es so ist, dass alle Gebiete refreshed werden. Aber nein, das ist ja nicht so. Und jetzt werde ich erst mal kurz pausieren, weil ja 300 Energie, das dauert jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Und wie ich 20 Minuten lang hier nur rumklicke, ist auch langweilig. Deswegen sehen wir uns am Ende der Energie. Bis gleich. So, jetzt haben wir noch die letzten 11 Energie jetzt hier am Start. Die werden wir jetzt noch schnell weghauen. Und hoffentlich werden wir noch das Level-Up mitnehmen. 143 wäre sehr nice, wenn wir das noch mitnehmen könnten. Müssen wir mal gucken, dass wir da gute Quests annehmen. Aber ich mache ja gleich eh noch Sondereinsätze, von daher wäre es nicht so schlimm. Wäre nicht so schlimm, wenn wir es nicht schaffen. So, danach noch eine dreiminütige. Das wird echt eng. Oh, das wird echt super eng. Super eng. Genau wie die Muschi, deine alten. Nein, Spaß. Ja, das wird super eng. Gucken wir mal, Ralf. Oh, 400 XP wird noch fehlen. Egal, wir können hier noch was annehmen. Das ist auch nicht schlecht. Sprung in die Tiefe, nicht schlecht. Hedengarjäte, nicht schlecht. Schwere Gegner-Bisik, nicht schlecht. Gibt mir Donuts. Ähm, ja, das heißt, wir haben hier nichts mehr übrig. Hier kann man nichts mehr plus rücken. Einfach passender Angriff. Und die Vampir-KC, oh, nicht schlecht. Oh, ich kann wieder Angriffe machen. Aber das mache ich, wenn dann, wenn dann schon mit meiner, mit der Mariani, ne? Weil die ist ja mit Stufe 30 immer noch ein bisschen sinnvoller. So. Jetzt hat, ähm, kaufe ich mir erstmal eine neue Waffe. Plus 5. Plus 5 lohnt sich eigentlich kalten. Dann rissen wir alles Waffen-mäßig. Ich weiß nicht. Oh, 46 plus. Alter Jude. Ja, die nehmen wir doch gleich mal mit. Wenn die schon so einen dicken Plus gibt, die Waffe, dann snacken wir die uns rein. Und dann machen wir mal Duelle. Und dann greifen wir einfach mal Alcabona, die alte Heulsuse. Hat er sich ausgeheult? Bäh, bäh, der Taki war voll böse zu uns. Ja, hat er, wisst ihr ja, kennt der die Geschichte. Er hat sich einfach im Support ausgeheult. Hat er ja Support geschrieben. Ähm, weil wir, weil ich jemanden aus seinem Team beleidigt hab. Er hat jemanden aus unserem Team beleidigt. Ich kann ja dazu fangen. Support, bitte, Mann, den mal. Das kann er wohl nicht hören gehen. Ja, so ungefähr. Ähm, ja. Ist so. Kann man nicht widersprechen, ne? Ist so. Ähm, ja, die greifen wir gleich zweimal an, oder? Weil es lustig ist. Weil es besser lustig ist. Und den Prozess LP nehmen wir auch gleich mit. Ja, wir haben auch gleich noch drei Angriffe. Weil der heult auch immer so, wenn man ihn angreift. Oh, sogar gewonnen. Hat er ja ganz schön Glück gehabt, wa? Von den Werten her bin ich deutlich, weil er da ganz schön Glück gehabt. Äh, ja, passiert auch mal, ne? Aber dafür machen wir ihn jetzt zweimal voll fertig. Ja, man sieht, er hat einfach nur super viel Glück gehabt, dass er da anscheinend sehr viel geklärt hat, oder so. Macht ja nix. Glück hat jeder. Alter! Er hat zweimal sogar Glück. Naja, egal. Oh, ich bin schon. Wie muss ich mein Neue? Wo, ich muss was hier denn machen? Jetzt schon. Oh, ich habe hier ein Gameboy gefunden. Not bad. Handheld mit 2D-Grafik und 8-Gits-Sound. Ist auf jeden Fall episch. Oh. Sogar besser. Als mein Epic, was ich jetzt drin habe. Steuerer mal das mal durch. Weil die Werte waren scheiße. Aber jetzt ist das besser. Oh. Rein mit dem Gameboy. Weg damit. Minus 16 ist Crab. Okay, dann. Sondereinsätze. Ich muss eigentlich nur einen schaffen für das Level ab. Und dann kaufe ich mir Man in Black. Das ist einfach. Weil dann geht's ab. Mal gucken. Den werde ich wahrscheinlich jetzt nicht so schnell schaffen. Angreifen. Habe ich alles drin? Waffe und so habe ich drin? Weil man greift ja mit Hand an. Aber die Waffe sieht man hier nicht, ne? Ist alles drin, ja. Ist alles drin. Ähm. Sind sie ein CC? Ich muss halt nur einen schaffen eigentlich. Mal gucken, welchen ich schaffen werde. Oder könnte. Schaffen werden könnte. Ähm. Sind sie ein CC? Was haben wir hier? Welches Level? 145. Oh ja. Beim ersten Versuch sogar. Beim Level Up. Level Up. Das wollte ich ja nur erreichen. Und jetzt kaufe ich mir kurz Man in Black Kid. Bis gleich. So, da haben wir das Man in Black Kid. Warte, wir machen jetzt einen kurzen billigen Effekt. Hier so. Warte. So, das reicht. Und dann holen wir das ab. Das Problem ist, wenn ich das länger abspiele, wäre das Copyright Strike mäßig. Und so, da könnte ich vielleicht Ärger bekommen. Aber wenn man das nur ganz kurz abspielt, dann macht das nichts. So, dann packen wir das alles schön geschmeidig mal hin. Dann sehen wir alles wie Man in Black. Was auch geil war. Das muss ich auch noch erzählen. Dann mache ich mal das kurz nochmal rein. Heute hat mir jemand geschrieben, ey Darkie, du hast eine Iron Man Maske auf. Hast du keine eigenen Ideen oder was? Ich denke mir nur so, ihr könnt euch denken, von welchem Team der war. Das war halt von so einem Team, das keinen guten Ruf auf diesen Server hat. Und der hat mir geschrieben, hast du keine eigenen Ideen oder hast du kein eigenes Markenzeichen? Und ich denke mir so, wie, hä, kein eigenes Markenzeichen, keine eigenen Ideen? Wie, das ist doch einfach nur ein Item aus dem Spiel, du Vollidiot. Und wenn überhaupt, ne, das habe ich auch mal gesagt, wenn überhaupt, dann hat Iron Man der Darkies World Maske auf und nicht andersrum, ne? Nur damit das mal klargestellt ist. So. Ähm. Das sind fünf Teile. Heißt, es gibt kein Gutget. Gutget. So, aber hier auf Seite zwei sind meine Set-Dinger. Da tue ich mal das rein, weil ich da Sets sammle. Dann machen wir das hier rein. Das andere Zeug ist ja kein Set-Zeug. Das heißt, das andere Zeug kann ich verkaufen. Tauen wir mal das wegscheißen. Huch. Ja, weg. Wegscheißen, habt ihr das schon richtig verstanden? So, da ist aber überall noch ein bisschen viel Kraft drauf. Ein bisschen Kraft will ich wegspülen, wenn das geht. So. Ein bisschen Kraft weniger, aber zu viel Ausdauer. Hättet ihr ganz gerne sehr viel, ähm, sehr viel Intuition und Grips. Sehr viel Intuition und Grips. So. Bevor ich wieder beschwere, Ey Darkie, du hast voll viel Geld für das Spiel raus. Wie kannst du dir einfach meine Black Kid kaufen? Ne, bist du behindert, ey? Nein, nein, spinnst du, ey? Bist du verrückt? Ja, richtig, bin ich. Ne, wie gesagt, das ist mein Geld. Damit kann ich machen, was ich will, außer die, wenn ihr euch beschweren wollt, dann beschweren euch bei den Leuten, die sich tagtäglich, jeden Tag eins kaufen. Ich kaufe mir ja nur selten eins. Also zum allerersten Mal überhaupt. Das ist schon mehr so ein Ding und sind sehr cool. Dann spülen wir das Ganze mal durch. Oh, Waschmaschinen, kräftig, schläftig. Waschmaschinen leben länger mit Penissen. Ja, musstet ihr das nicht? Jetzt wisst ihr es. Waschmaschinen leben länger mit Penissen. Kein Scheiß. So. Ja, hier ist mir auch noch ein bisschen zu viel Kraft drauf. Machen wir das nochmal schnell durch. Die Boots. Die Booty Boots. Und Kondition. Wieso ist immer so viel Kondition drauf, WTF? Immer Kondition ohne Ende. Was ist da los? Kondition ohne Ende. Kondition ohne Ende. Ich kann ja auch noch, was ist immer Kondition drauf. Na, egal. Was haben wir hier? 1500 Punkte pro Fähigkeit. Ja, auch nicht schlecht. Ne? Gibt auch nochmal ein bisschen Moneten. Skillen wir nochmal ein bisschen Kondition, weil wir noch zwei Punkte übrig haben. Verpasster Kampf. Al Capone. Ja, da hatte ich noch keinen Mann im Black Set. Machen wir mal jetzt. Zeigen wir ihm mal, wo der Haken hängt. Gucken wir mal. Machen wir mal kurz mit zwei Pilzen. Baa. Voll vernichtet, Alter. Noch Hälfte Leben übrig. Junge. Das Set ist echt ziemlich krass. Ich hab jetzt gar nicht verglichen mit meinen Werten von vorher. Aber ich glaub, dass das schon ein ziemlich krasser Unterschied ist. So, jetzt müsste ich höchstens noch gucken, dass ich ein aktuelles Gadget und eine geile Waffe bekomme. Ähm, ja. Gadget und oder Waffe. Schuhe, ja gut, Schuhe bringen ja nichts. Äh, dann halt auch irgendwas Episches. Ein Kätzchen, nicht so schlimm. Vier Augen, ne. Ist nicht so besonders, nicht so besonders überragend. Wenn, dann muss das halt schon so ein episches Gadget sein. Aber ich finde gerade keine Epik-Gadgets. Was ist da los? Was ist da los? Ja, ne. Ah, da. Plus 8 aber nur. Egal, plus 8 ist besser als plus 0. Ähm, verkaufen wir das hier. Auch wieder zu viel Kraft und zu viel Grips. Ich will, ja wohl, Grips ist eigentlich nice. Egal. Ich will Intuition und Grips ungefähr gleichmäßig. Das wäre ziemlich geil. Intuition und Grips, dann würde ich spritzen. Abspritzen. Intuition und Grips und bitte keine Kondition. Bitte einfach keine Kondition. Da habe ich eh schon so viel. Grips Intuit. Ja, ein bisschen Kraft kann auch nicht schaden, weil ich habe eigentlich ein bisschen wenig Kraft gerade. So, jetzt gucke ich mal trotzdem die Waffen mal so ein bisschen an. Weil ich muss gucken, ob der Durchschnittsschaden von meiner Waffe gut ist oder nicht so gut ist. Das will ich mal kurz rausfinden. Aber das scheint gut zu sein. Die anderen Sachen sind hier immer minus. Der Wuffi hier ist auch nicht gerade überragend. Ich überlege gerade, ob ich die Mariane rein tun soll oder doch lieber Lizard. Weil Lizard hat ziemlich bessere Werte. Er hat auch wieder super viel Kondition, aber die Werte sind halt besser. Ich glaube, ich lasse Lizard mal drin. Ich glaube, der ist inzwischen halt... Oh, jetzt wollte ich schon noch eins kaufen. Eins reicht mir nicht. Noch eins. Das ist mir nicht gut genug. Da will ich mindestens fünf Werte mehr haben pro... Äh, Waffe... Ne, wir finden keine Waffe. Dann lassen wir es gut sein. Oder einmal noch. Epic Waffe. Das wäre es jetzt gewesen. Ne, aber die Waffe scheint ganz gut zu sein. Vom Pluswert her. Cassie greift an. Hallo Cassie. So. Und... Ach ja, eine Nachricht wollte ich mal vorlesen, weil ich die ziemlich lustig fand. Was heißt lustig? Ups, das wollte ich nicht. Weil ich die gut fand. Gut fand ich. Mein Sinn. Erste, du hattest nochmal ganz kurz... Eigentlich habe ich ja gesagt, der Klügere gibt nach und ich lasse jetzt Reborn flamen und beleidigen und ihre Gerüchte weiter in der Welt verbreiten. Wenn es ihnen Spaß macht, ist halt ein... Sorry, aber es ist halt einfach ein Kindergarten. Man kann es nicht anders sagen. Weißt du, die sagen zu mir, ich bin ein kleines Kind, aber sagen dann zu mir, ich bin böse, weil ich die Kinder von Reborn verarsche. Aber dann ist ja Process, der, der sich verhält wie ein Zwölfjähriger. Plus Kind verhält sich wie ein Zwölfjähriger. Aber Hubert hat sich entschuldigt. Da muss ich eigentlich sagen, Respekt an Hubert. Da haben sie eine Mail geschrieben, ja Entschuldigung Daki, tut mir echt leid. War nicht so gemein. Und das fand ich cool von Hubert. Das sind halt aber viele Kinder, die so kindische Videos machen und so weiter. Also jetzt nicht böse gemeint. Hab nichts gegen Kinder. Ich bin selber als Kind. Ich fand meine Kindheit eigentlich geil. Eigentlich sind Kinder total geil. Ich hätte auch gerne selber Kinder mit meiner Freundin. Vielleicht mal irgendwann und so. Ich mag Kinder. Aber nicht Kinder, die kein Niveau haben und sich benehmen wie so Vollassis. Das tatsache ich einfach. Egal. Also, Hallöschchen Daki, wollte mich kurz bei den Videos der letzten Tage bedanken und hoffe, dass du von dir noch mehr Hero Zero kommen werden. Ganz nach dem Motto. Jetzt erst recht. Aber ich hatte sowieso nie vor, aufzuhören mit Hero Zero. Deswegen wird da auch nichts aufgehört. So, wir verpassen. Die verpassten zwei Tage sind hier auch nicht wirklich wild. Man sieht es ja. Ich bin immer. Ich bin trotzdem noch Platz 1. Also in Erfahrung. Spielen können wir alle allem anscheinend nicht mit dem eher geringen Geldeinsatz. Das ist auch eher in Klammern gemacht. Das eher die Sache ist. Weil auch viele Leute sagen, da kriegst voll viel Geld aus. Aber das meiste Geld. Ganz ehrlich. Das meiste Geld. Also Donuts. Gebe ich aus für Überspringen, damit ich coole Videos machen kann. Weil ich in meinen Videos extrem viele Quests überspringe. Training überspringe. Sondereinsätze überspringe. Booster kaufen. Zeug und war. An das Team spende ich sauviel. Und so weiter. Für Blättern. Also ich gebe wirklich fürs Video so viel Donuts aus. Aber das ist ja nicht für meinen Vorteil. Das ist einfach nur, um coole Videos zu machen. Das mache ich einfach nur für euch eigentlich. Deswegen haue ich eigentlich gar nicht so viel Donuts raus. Wenn ihr sagen würde, die Donuts, die ich für meinen Vorteil genutzt hatte. Was vielleicht Sondereinsätze kann man halt so halbwegs sagen. Weil das gibt ja immer einen kleinen Vorteil, wenn man Sondereinsätze macht. Oder auch Quests erneuern. Weil dann, wenn ich hätte das Level, was ich jetzt habe, hätte ich wahrscheinlich auch mit 500 Donuts. Oder mit 1000 Donuts. Sagen wir mal 1000 Donuts hätte ich das Level, was ich jetzt habe, auch haben können. Ich habe halt jetzt insgesamt dreimal 100 Euro aufgeladen. Also sind es 300 Euro. Sind 6000 Donuts habe ich aufgeladen. Aber das wäre auch gegangen mit 1000 Donuts. Das ist genau das gleiche Level hätte ich dann. Genau das gleiche. Das sind einfach nur Donuts, die ich ausgegeben habe für euch in coole Videos zu machen. Und deswegen gebe ich eigentlich gar nicht viel aus. Und deswegen sagt er auch eher geringen Geldeinsatz. Wenn du jetzt gespielt hast, den selber dominiert. Bei Shakes & Fidget würde da ausgelacht werden, um nicht mal die Top 30 zu sehen. Das stimmt auch. Bei Shakes & Fidget gibt es Extremere. Da gibt es wirklich Leute, die hauen. Und das ist jetzt nicht mal übertrieben. Wir denken jetzt bestimmt, ja klar, der spinnt doch. Das macht doch eh keiner. Es gibt Leute, zum Beispiel, es gab jetzt einer so einen 30, der hat 50.000 Euro. Das ist eine 5 und dann eine 0, eine 0, eine 0, eine 0. Warte mal, eine 0, eine 0, eine 0. Ja, vier Nullen halt. Ja, jetzt könnt ihr mich vielleicht, du bist voll blöd, du kannst nicht bis vier zählen. Egal. Jedenfalls 50.000 Euro. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist eine 20. Million Euro für den Serverstart rausgegangen. In den ersten zwei Wochen. Und dabei Shakes & Fidget, wenn du so auflädst, 300 Euro, wie ich jetzt auflade, da hast du keine Chance, dass du in die Top 30 kommst. Du hast in die Top 30 keine Chance. Weil da gibt es so viele Leute, die tun so richtig krass Geld reinballern. Da gibt es auch noch Dreamscape und andere. Ich will jetzt gar keine Namen nennen. Soulfreeze etc. Die geben einfach so Geld aus. Die sagen einfach, ich habe Geld, mir ist das scheißegal. Ich will hier Top 10 sein, also gebe ich 1.000 Euro aus. Und für Top 10 brauchst du 1.000 Euro bei Shakes & Fidget. Ja, zumindest bei einem guten Server. Aber 32 ist nicht wirklich besonders gut. Dazu noch als absoluter Rookie, der es den Möchtegern-Pros zeigt. Wo der Hase langläuft. Auch traumhaft. Ja, ist aber wirklich so. Ich bin einfach, ich spiele das Spiel seit zwei Wochen und ziehe hier alle ab. Es ist einfach so. Ich bin Platz 1. Am ersten Tag habe ich sogar noch komplett ohne Team gespielt. Den ersten Tag komplett 0,0 Bonus. Die Hälfte der Quests verloren, weil ich Kondige nicht kannte. Am zweiten Tag auch die Hälfte der Quests verloren, weil ich da immer noch keinen Kondige kannte. Dann immerhin mit Team. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich mich von Anfang an ein bisschen ausgekannt hätte, dann wäre ich jetzt 10 Level über allen anderen. Und deswegen sagt er, das ist absoluter Rookie, die möchte gern Pros. Weil die sind ja alle so schlau, die kennen sich ja alle so gut aus. Die laden ja genauso viele Donuts auf wie ich, aber die schaffen das nicht. Wieso schaffen die das nicht? Man sieht das ja an den Heldentaten. Klickt mal auf die Heldentaten von den anderen Top 20 Spielern. Die haben alle mindestens 5000 Donuts aufgeladen. Und da bin ich genauso viel, ich habe genauso viel Ausgaben wie die. Also kann das nicht daran liegen, dass ich mehr auflade, weil ich lade da genauso viel auf wie die. Ich habe genau die gleichen Ausgaben. Also irgendwo muss es hier herkommen. Anscheinend die ganzen, ja, er sagt es möchte gern Pros. Gut, ah, so lang läuft ein bisschen Zeit in ihr. Könnt ihr meine Videos gucken, dann wisst ihr Bescheid. Soll nicht arrogant klicken, aber ist so. So im letzten Video hat es wieder ein bisschen mehr mit den Donuts gespielt, mit den besten Quests. Hatte nicht wirklich verstanden, dass du dich beeinflussen lassen hast. Verzichtest. Mach ich immer so ein bisschen. Also ich tue immer so pro Tag 6, 7 Mal überspringe ich schon. Ein bisschen, weil wenn mir die Quests wirklich zu schlecht sind, dann überspringe ich die einfach. Aber das ist auch nicht super viel. Das sind vielleicht am Tag 30 Donuts oder so. Da könnt ihr ja hochrechnen, wie das auch zwei Wochen ungefähr ist. So, bist einfach sozial. Hättet ihr den Vogel gezeigt. Noobs, Erfahrung ist es A und O und da wird es rausgekriegt, was geht. Kennen die Spieler in dem Spiel nicht, dass man auch, warte, wo steht da? Vierstellig spielen kann. Oder wie gute Magen. Ja, das ist wieder das Shakespeare-Beispiel, dass da viele Leute viel raushauen. Mit dem Donutraband fand ich echt witzig da. Es gab keinen Donutraband, muss ich immer wieder sagen. Das ist auch ein Gerücht, eine Lüge, die verbreitet wurde von Al Capone. Und das kotzt mich an, dass die solche Lügen verbreiten. Ich bekomme keinen Donutraband. Ich zahle genauso wie jeder andere das gleiche Geld für die Donuts. Genau das gleiche. Einfach nur eine Lüge, um mich schlecht zu machen. Das ist genau eine Lüge wie die ganze andere Scheißau. Aber egal. Kannst ja mal bei Kotti einen Antrag stellen. Das ist ein Mod bei Shakespeare. Mit dem Screen ist ja etwas gespalten, da er die technische Umsetzung beim Einloggen mit Postfachzeigen nachvollziehen kann. Dass du das Bild gefälscht haben sollst, ergibt aber gar keinen Sinn. Es ist ja auch so. Ich wurde beleidigt und bei meinem ist es halt egoistisches Kleinkind und bei ihm ist es halt Egoist. Das ist aber eigentlich überhaupt keine Rolle. Es geht um das Ganze drumherum. Und das würde überhaupt keinen Sinn machen. Und da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist total dumm einfach nur. Beleidigung ist Beleidigung. Selbst wenn das nur so gewesen wäre, ist mir eigentlich egal. Beleidigung ist Beleidigung. Dass die das irgendwie gedreht haben. Recht helle sind sie ja nicht. Und Ercee ist wirklich neutral. Man merkt auch, dass er neutral ist. Es ist nicht so ein Fanboy oder so. Er sagt, ich feiere dir mit Videos und ich gebe dir immer recht. Egal was du sagst. Wenn du sagst, J-Lo hat einen Pimmel, dann hat sie einen Pimmel. Ja, Ende. Also J-Lo hat einen Pimmel, wenn ihr es nicht wusstet. Und der hat eine eigene Meinung. Und das erkennt man daran, dass er eben trotzdem noch gespalten ist. Bei manchen Sachen. Und die Nachricht von Erce im Großen und Ganzen fand ich echt beschreibt die letzten Tage sehr gut. Und das wollte ich deswegen mal zeigen. Wir machen mal kurz einen Angriff auf Wix. Ja, Lizardman. Die sind auch die Lizardman. So, jetzt können wir mal gucken. Jetzt könnte ich eventuell den dicken Typen da klatschen. Der hat ja eben dieses Konditionszeug, weil ich ja... Oh, 103! What the fuck? Aber den schaffen wir. Wenn er auf 103 ist, dann schaffen wir den. Ja, zwei Tappen. Den schaffen wir auf jeden Fall. Gar keine Frage. Und da liegt er. Der erste Sondereinsatz zum zweiten Mal down, sozusagen. Und das ist auf jeden Fall super nice. Wo ist Lucy? So ein Spezialeinsatz beendet. Ja, und jetzt beginnt eben diese Endlosschleife, die mir bereits erklärt wurde. Man kann, also nach fünf Tagen beginnt die Endlosschleife immer wieder neu. Das heißt, in fünf Tagen kann ich das gleiche nochmal machen. Komplett durch. Ja, in fünf Tagen allerdings erst. Man sieht hier, tickt jetzt der Counter runter. Und das finde ich auf jeden Fall geil. Wer endet den ersten Sondereinsatz? Echt Donuts? Schicke Sache. So, was wird vertuscht? Mach mal hier noch ein bisschen weiter. Ach so. Jetzt sollte ich eventuell Konditionsgier reinpacken. Aber 158 müssten wir sowieso schaffen. Weil der passt ja immer seine Werte an, meine Werte an. Ah, wohl. Also die Verteilung zumindest passt ja an meine Werte an. Ah, da wäre es besser gewesen. Hätte ich den mal mit Konditionsgier angegriffen beim ersten Mal. Egal, nicht so schlimm. Dann machen wir den nächsten. Das Video ist eh schon wieder viel zu lang eigentlich. Gucken wir mal, was ist hier? 175, ne? Den habe ich... Gut, dann schaffe ich jetzt eh nichts mehr. Also wenn überhaupt, schaffe ich den hier. Aber das Problem ist, dass ich jetzt mit meinen aktuellen Werten angegriffen habe. Und der passt sich halt im ersten Angriff an. Die Verteilung ist halt ungefähr den Werten... Oh, 600. 600. Wenn mal Lizardman hier... Oder Dönerfleisch, besser gesagt. Wenn der mal Stupe 20 oder Stupe 30 ist, dann sollten wir hier locker durchrushen. Aber so sieht es aktuell nicht machbar aus. Machen wir noch drei Versuche und dann ist es gut für heute. Triniert habe ich ja schon. Das heißt, sonst gibt es ja nichts mehr zu machen. Dann kann ich die Arbeit wieder reinpacken. Und letzter Angriff. Auf den Ballonformer. Den Angriff gucken wir uns einfach mal an. Jetzt sehe ich aus wie so jeder andere eigentlich. Man in Black, das sehen so viele. Haben das irgendwie, das Kit... Das Kit... Das Set haben so viele. Das haben bestimmt 20 Leute oder so. Jetzt sehe ich so mainstream aus. Ich will nicht mainstream aussehen. Scheiße, dass man das... Kann man das spülen? Das Man in Black Kit nähen? Kann man das umnähen? Das will ich jetzt mal probieren. Kann man Man in Black umnähen? Here comes the Man in Black. Oh, Setgegenstände können nicht umnäht werden. Bin ich jetzt aber schon ein bisschen traurig. Ja, hier habe ich natürlich einen fetten epischen Gürtel bekommen, der mir nichts bringt. Da, Man in Black. Okay. Dann hauen wir den halt weg, ne? Haben wir nochmal ein bisschen Moneten zu verskillen. Machen wir einfach alles in Kondition. Das liegt auch daran, dass ich jetzt aktuell fast nur auf Kondition gehe. Weil der Lizard, der Dönerfleisch, der liebe, gute, alte Dönerfleisch, hat hier den Effekt, deine Grundkondition wird um 10% erhöht mit Stufe 20. Heißt, dann, wenn er Stufe 20 wird, gibt es nochmal 10% obendrauf. Zumindest auf die Grundfähigkeit. Das sind immer 751, das sind dann 75, das ist richtig viel. Ähm, was passt ihr an? Gut, dann sage ich, danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr gerne auch einen Daumen nach unten geben. Das habe ich auch immer wieder gesagt. Das kann ich auch noch kurz erwähnen. Weil hier, ähm, Reborn mal wieder. Weil die auch mehr was gesagt haben, ey Doki, ey, wenn sich die Daumen nicht interessieren, hey, warum sagst du dann immer wieder, hey? Hey, Video hat so und so viele Daumen runter und hoch. Hey, warum sagst du immer wieder, hey, wenn dich dich interessiert, warum wirst du sagen, äh, Birne gegen Kopf? Äh, so ungefähr. Ähm, ja, das ist, das verstehe ich nicht, dass man das nicht verstehen kann. Die Daumen sind mir eben nicht scheißegal. Die Daumen sind ein Feedback nach hier im Video. Also ich leite das Hoch das Video an, dann am nächsten Tag sehe ich, oh gut, das hat 27 Daumen nach oben und 4 nach unten. Dann kann ich ungefähr einschätzen, äh, war gut, war nicht so gut, da kann ich vielleicht was ändern, dann kann ich was Besseres machen. Die Daumen sind einfach nur ein Feedback für mich, weißt du? Wenn, dieses Feedback, wenn da viele Daumen nach oben sind, weiß ich, okay, gut, wenn da viele Daumen nach oben sind, äh, war nicht so gut, was war da falsch? So. Und das ist einfach ein Feedback, das an mich gegeben wird und das ist immer saugeil. Ich freue mich über jeden Kommentar und über jedes Feedback, wirklich, weil ich will mich ja natürlich auch verbessern. Und deswegen sind mir die Daumen nicht egal. Was mir aber egal ist, wenn die Reborn im Chat schreiben, bei sich im Teamchat, oh, wo tut mir alle, da kriege ich das Video runter und dann hat das Video nach 3 Minuten, hat das dann jeder, die letzten 3 Videos hatten jetzt nach 3 Minuten immer gleich 20 Downvots, dann hatten das so 2 Hochvots, 20 Downvots, 5 Stunden später sind es 200 Vots nach oben und immer noch 20 Downvots. Dann merkt man einfach, okay, das Video kommt super gut an und die 20 Daumenvots sind mir egal, weil ich genau weiß, ah, die kommen von Reborn. Deswegen ist mir das egal. Das Dumme ist, ich kann das nicht mehr genau einschätzen, kamen da jetzt 20 oder 22, 23, 25, wie viele Daumenvots kamen da, wie viele Daumenvots sind jetzt wirklich ernst gemeine Daumenvots, wo Leute nur sagen, oh, Daki, das Video hat mir nicht so gefallen. Da weiß ich immer nicht so. Aber jetzt will ich gar nicht noch weiter lange schnacken, das reicht für heute. Dann sag ich auch Wiedersehen und tschüss. Ich hummel wieder mit der Hand in der Kamera rum, weil das eigentlich ein so hässlicher Effekt ist, aber sieht das geil aus? Nein, sieht scheiße aus. Also, haut da rein. Tschüss.